Jetzt ist es soweit und unser Nugget geht zur Folierung. Seid gespannt, wie ihr nachher ausschaut. Wenn ihr schon eine Idee habt, welche Farbe ihr kriegt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Hier seht ihr nochmal so gut gewaschen wie irgendwie möglich. Das war schwer, eine Waschstraße in München zu finden, wo ich den untergebracht habe. Und jetzt sind wir eben hier bei Folium. Und ja, in zwei Tagen kann ich ihn abholen, dann ist alles fix und fertig. Und hoffentlich ist es dann so wie erwartet. Aber ich gehe schwer davon aus. Ich habe schon richtig coole Sachen von denen gesehen. Und ja, dann wird unser Schätzchen jetzt auch farbig. Da darf nichts schief gehen. Jetzt sind wir schon in der Endphase. Schaut mal, was da drauf kommt. Unser Logo. Sehr, sehr cool. Das Porsche, das ist super cool. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In seiner kompletten Pracht her. Das ist von hinten. Da gefällt er mir aber sogar fast am wenigsten, obwohl er da schon geil ist. Aber jetzt von der Seite finde ich einfach echt perfekt gelungen. Mega gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und von vorne. Und dann eben die andere Seite, die ist jetzt hier ein bisschen im Schatten. Deswegen strahlt die gerade nicht ganz so sehr, aber ist natürlich gleich wie die erste Seite. Ja, wie ihr schon gesehen habt, das ist so ein richtiges Metallic-Lila-Pink. Und das ist echt sehr geil. Ein bisschen anders wie mein altes Auto. Das war ja so richtig hypermetallic-Mega-Pink. Und jetzt werde ich ja langsam älter. Dementsprechend ist das ein bisschen, ja, altersentsprechender. Also ich finde es echt toll. Freut mich sehr. Ich habe ja doch ein bisschen hin und her überlegt, ob sich die Folierung überhaupt lohnt. Aber ich bin im Endeffekt sehr froh, dass ich es machen habe lassen. Und das taugt mir sehr, sehr, sehr. Fünf Jahre Garantie gibt es auf die Verarbeitung und auf die Folie selber auch. Das finde ich auch ganz gut. Klingt top. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass ihr viele tolle Videos mit diesem Bus im Einsatz, also halt wenn wir dann einfach zur Tour anfahren können damit und die vernachten können, das wäre schon das große Ziel. Wäre mega toll. Ich hoffe, das klappt und dass bald wieder alles so ist, wie es mal war. Aber werden wir sehen, was alles erlaubt wird, was alles möglich sein wird. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt endgültig gerüstet und es kann losgehen. Ja, wenn es Fragen gibt, gerne ab damit in die Kommentare. Und ansonsten verlinke ich euch einfach noch in der Infobox, wo ich die Folierung habe machen lassen, falls das welche von euch interessieren sollte. Und ja, dann hoffe ich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne unseren Blog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.